Warum hast du Graham geholfen? Woher kriegen sie jetzt ihre Vorräte? Was möchtest du geholfen? Ich habe immer diese Frau für den sensiblen Typ genommen genommen. Gut an ihr. Ich schreibe sie hin. Gib ihnen alle meine Begriffe. Und... Gute Glück da draußen. Geh nicht zu essen. Geh weiter. Ich muss gehen. Geh mit dir. Ja, von... von... Ähm... Moment. Moment, Moment. Genau. Von Druckerzeug und so'n Scheiß. Und komischen Modulen werden die Leute nicht satt. Das muss Graham einsetzen. Deswegen bin ich eher auf der Seite der Dame, die gemeint hat... So'ra. Deswegen bin ich ja auf der Seite... ...bala ihr Vorschlag eigentlich am vernünftigen ist. Vielleicht müssen wir einfach mal mit Sublight fahren, dann können wir da sicher auch irgendwas drehen. Da sind Christensen Waffenteile. Ultra geile Waffenteile. Schießpollen. Die Fähigkeit haben wir noch nicht erhalten. Dann erstmal zurück zu Graham. Lagerhaus, Ruinen. Ist auf jeden Fall cool, dass die Karten so detailliert markiert werden. Du siehst nicht so viel, wie wir mit uns mit uns reisen, bevor du diesen Hermann kennengelernt hast. Ja, ich war ein bisschen ein Arsch, nicht wahr? Ich würde nicht sagen, du warst eher ein... Selbsterkenntnis. Tja. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt für Zorro. Ich habe deine Walzen. Eure restlichen Mittel sind für Essen und Medizin draufgegangen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Sanja hat ein Verbot für alle Verkäufer an euch verhängt. Ja. Ihr müsst erst mal überleben, sonst könnt ihr ja überhaupt nichts mehr verbreiten. Und was jetzt? We need new recruits. The Van Noys saw the printing facility with the same importance as I. The written word can be quite effective, but losing your flock seems counterproductive. I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. Hm. Du hättest sie auch schicken können, nachdem sie Sora unterstützt hätten, oder? Ja, ich seh es. Ja, ich seh es. Wenn die Van Noys still alive sind, komm sie weg. Wenn Sanjar die Probleme so wie das, habe ich das Gefühl, dass wir sie brauchen. Ich werde tun, was ich kann. Regionalskarte. Blut und Tinte. Okay. Stellar Bay. Hey, wie hier die Zeit vergeht, man. Dann müssen wir... hier raus. Geist dich zusammen und sag mir, was passiert ist. Ich clean the apartment while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Links zu unten. Got any news from the rest of Halcyon? From the rest of Halcyon? Oh! Oh! Sorry, sorry. I just spoke with me, it was all. Ein Opfer. One gruesome way to die. Bam! Gladellic embudels. Hastig gepackter Koffer. In diesen Koffer wurden mehrere zerlummte Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Die Ratte aus Edelstahl, Quest aktualisiert. Mit Modul 17 an der Zahl, ein Mech Dietrich, Leiche heiß und fettig. Den können wir nicht weiter interagieren. Was steht denn hier? Wurfball-Bettbeleg. Dieser Wettbeleg dokumentiert einige sehr optimistische Wetten für ein Team Romans Mostly Colonists. Es wurde von Leftfield Tossball Betting ausgestellt. Wurde der Alte wegen der Sportwette umgebracht. Wurde der Alte wegen der Sportwette umgebracht. Erstmal würde ich sagen, kümmern wir uns noch um den Quest. Ja, ist schon cool, wie das alles verbandelt ist. Dann ziehen wir hier durch, würde ich sagen. Da nach unten. Das ist aber doof gemacht. Die Reptidons. Wечно. Das Ganze ist bewusst. Ferto. Das Ganze ist präsend. An Fellow ist hier! W copieren! Das Ganze ist zu können! Wenn Lastly dwa, was er wurde geführt! Was lasz dich etwas zu tun, wie sie Hillary strarten. Oh Gott, va! ist nicht eine schrotflinte irgendwo ich bin ein schrotflinte strömgewehr Oh, 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 oh. Komm schon. Das ist ausgeschaltet. Komm schon. Jetzt bist du dran. Das ist verdammt ein Rapture-Done-Stone. Erstmal warten wir, bis alle aufgeladen sind und dann geht es gleich weiter. Komm schon, Mistvieh. Incoming! Now, let's go!